Mein Name ist James Reynolds. Ich bin Maler und Komponist und im Moment arbeite ich an ein paar Opernstücke. Das kommt später raus in 24 in Essen, Dortmund und ich bin hier in der Galerie an Syrvan-Jagustus-Straßen und es ist eine sehr schöne Galerie und unser Gespräch war sehr nett und ich hoffe, dass wir uns bald wieder sehen.